Du benötigst den Dodge Challenger SRT Demon von 2018. Du musst nicht extra noch Geld für Tuning ausgeben, ich habe es in serienmäßigen A-Zustand gelassen. Es kann allerdings auch mit einer anderen Tuningstufe genauso funktionieren. Als nächstes musst du zum Horizon Hauptfestival zu der Beschleunigungsstrecke. Hier auf Solo gehen, Festivalbeschleunigungsstrecke, dann den Challenger auswählen. Als nächstes musst du auf Schwierigkeitsgrad und Einstellungen gehen, Schwierigkeit. Und hier bin ich auf den niedrigsten Rang Neuer Rennfahrer gegangen. Das musst du dann abspeichern. Jetzt nur noch die Rennveranstaltung starten, von Anfang an den Verfolgers geben. Die Schatztruhe findest du dann bei Teotihuacan. Von dem Hauptweg geht ein kleinerer Seitenweg ab, den fahrt er dann rein. Dort steht die Schatztruhe, wir haben es erledigt.